Jetzt ist es Zeit für unsere allerliebsten kleinen Leckerlinge in ihr Heierbäckchen gebracht zu werden. Das wäre auch das Richtige für mich. Ein kleines Snack-Eierchen wäre nicht schlecht. Hör auf rum zu mosern. Aber Osi, ich bin müde und ich habe Hunger. Vielleicht ein hitzy-pitzy kleiner Gemüsesnack als Bett-Hupferler? Nein, verstehe doch, ich versuche dich von diesem gefährlichen Zeug wegzubringen. Es gibt nur eine Sache auf dieser großen, schönen Welt, für die es sich lohnt zu leben. Eier! Morgens ess ich am liebsten ein Ei. Ich sehe, dass ich was zu beißen krieg. Ei freilich! Ja, mein Appetit ist ungeheuer. Ich gebe es zu, keine Feier ohne Eier. Nein, Entschuldige, Osi, ich äh... Dieses Vergnügen ist extraordinär. Ich borge, ich stehle, ich würde dich küssen. Ich küssen? Ich tue alles und noch mehr für Eier. Ei, Osi, lass dir sagen, mir knut wie verrückt der Magen. Sieh mal hier, das kleine Blatt macht mich schon ein bisschen satt. Ich weiß, es wird mir schmecken. Lass mich einmal nur dran lecken. Stratt! What? Du geistesschwager Esser! Grünes Zeug ist doch nie im Leben besser als ein feines Ei. Du musst es riechen, fühlen, du musst es packen, heute Nacht werd ich die Schale knacken. Oh, ich verhungre. Mein Magen ist so hohl wie eine Tonne. Dieses winzige Blatt da, dass ihr die wahre Wunne. Die Farben, die Form, ach was sind sie niedlich. Herbe, superbe, appetitlich, königlich. Was ist schon dabei? Ein kleines bisschen vegetarisch. Ich hab genug davon, Stratt, das ist barbarisch. Ein Halm von dem Gras, das ist doch nicht viel. Nimm ein Beispiel dir an mir. Spinat, Schmecker, Wurst, Lecker, Baum, Schnüttler, Hürreinanden, Kauer, Blatt, Verdauer, dummes, blödes Viech. Osi! Ich habe das Ei zum Fressen gern. Und weh. Heute Nacht gibt's ein Festmahl.